hallo zusammen ich bin jetzt ein paar mal angesprochen worden was eigentlich mein creator award von youtube macht mein silberner play button am anfang habe ich gedacht es geht irgendwie automatisch bei erreichen der 100.000 abonnenten das war irgendwann im november der fall habe mich nicht weiter darum gekümmert dann wurde ich ein paar mal angeschrieben ja man muss da irgendeinen code einlösen und den award anfordern habe da noch ein paar videos angeschaut meistens sind bloß unboxing videos drin von diesem award aber wie man das richtig macht habe ich nicht erfahren dann vor kurzem habe ich oben in der leiste von meinem youtube kanal oder von was war es von dem studio youtube studio habe ich da oben so einen code eingeblendet gesehen es waren buchstaben und zahlen und habe dann einfach mal probiert einen schritt nach dem anderen zu machen so wie es vorgegeben war und anscheinend hat es funktioniert ich habe dann die anforderung abgeschickt und kurz darauf wurde ich informiert es war innerhalb von von einer stunde dass die bestellung eingegangen ist und dass der award bereits graviert und poliert und in arbeit geht jetzt schauen wir mal vorgestern habe ich dann eine sende benachrichtigung von ups bekommen eigentlich habe ich gar nichts bestellt also keine ahnung und des rätsels lösungs war dass es anscheinend der creator award ist der im zulauf ist der mir vielleicht sogar noch heute zugestellt wird von ups ich lasse mich da ganz überraschen wenn er kommt dann werde ich natürlich auspacken und werden euch zeigen ich habe keine große aktion geplant aber diese anforderung von diesem creator award da gibt es nicht viele gibt es eigentlich gar kein video auf youtube das den schritt zeigt wie man das macht wer eigentlich interessant gewesen ist aber jetzt schon rum jetzt bin ich am warten ob der heute noch kommt laut sendeverfolgung müsst ihr heute aufschlagen dann werden wir den mal auspacken und anschauen bin schon gespannt wie man es kommt wenn er kommt dann werde ich den mal auspacken und anschauen wie das ding ausschaut also jetzt werde ich mein mittagessen dann warten wir bis der braune laster in den hof fährt und die post aus amerika da ist oder auch nicht bleibt dran wir schauen wie es weitergeht heute bis später ciao ach der creator award kommt bin ich ja da hallo habe ich richtig viel höher ja super 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 es ist soweit ich werde jetzt das päckchen aufmachen habe mich extra noch fresh gemacht haare schneiden lassen und mein bierchen aufgemacht zur feier des tages ich werde jetzt den silbernen play button der vermutlich da drin ist aufschneiden kommt ja irgendwo aus usa das teil hier spannend so einen weiten weg zu mir gefunden ich mache es jetzt mal auf es reicht es mit der ganzen laberei schneiden wir das mal auf das wird wahrscheinlich der erste und der einzige award bleiben den ich bekomme für die anderen braucht man schon utopische zahlen das ist ja fast nicht mehr machbar da gibt es ein paar wenige die das schaffen wahrscheinlich mit irgendwelchen super videos jetzt schauen wir was da rauskommt erstmal eine schaumstoff einlage machen wir mal weg machen wir hier ein kärtchen congratulations on your subscriber milestone ein gewisser rick hat den anscheinend gepackt we honor to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional this award was inspected and packed with great care by rick also der mann der mir diesen award eingepackt hat hat seine visitenkarte hier rein dann ein schreiben von susan woitschicki ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen you've just done something ja auf dem schönen pergament muss ich mir noch einmal in ruhe durchlesen und gemacht und jetzt ist er hier mit meinem namen gewicht schätze ich mal müsste ich wiegen aber ich schätze ungefähr dass er ein kilo hat also ist nicht kein papa deckel schöne metall optik ich packe es mir aus aus der folie so sieht er aus mit namen drauf kanal namen unten kann man auch ein spiegel benutzen hinten mit aufhänge vorrichtung und samt samt belegt und das ist noch drin noch so eine karte und so ein feuchtigkeitsmittelchen das ist er also ich sag dankeschön an alle die meine filme geschaut haben und alle abonnenten natürlich ohne die wäre das nicht möglich gewesen hat er schon wieder einen gewaltigen sprung gemacht auf über 140.000 jetzt innerhalb kurzer zeit danke fürs zuschauen bleibt mir gewogen bleibt mir treu und da werde ich jetzt mein plätzchen suchen dafür wo ich das ein bisschen zum angeben aufhängen kann jetzt trinke ich mein bierchen fertig und freue mich an dem schönen teil bis zum nächsten mal bis zu neuen filmen neuen themen demnächst hier auf diesem kanal ich sehe euch ich sehe euch Untertitelung des ZDF, 2020